Wir sind von Thien gekommen hier und wir sollten hier Zimmer reinlegen. Frau Rauch, ich habe hier zwei junge Damen für Sie. Und dann machen Sie es einmal alleine und Sie gehen natürlich nachher noch rein und gucken, ob alles okay ist, okay? Also, das Bett haben Sie zu Hause bestimmt gemacht. Ja, also Sie wissen Bescheid ein bisschen. Und dahinten musst du auch noch abwischen. Mit dem hier auch alles abwischen? Ja, diese Mikrofaser und die Gläser, die sollen auch gespritt sein mit dem Essig. Ah, nimm mal das Essig denn. Mit sauberen Wappen macht man Gläser und Spiegel. Heimwaffe Essig, damit glänzt alles. Das waren die Gläser. Das war alles blau. Achso. Was haben wir hier? Pass her an, bitte. Siehst du hier noch irgendeinen Fleck? Hm, nein. Gut. Obwohl doch hier. Tatsache, das hatte ich nicht mehr. Gut riechen hier. Ich finde ich ein super Team. Falten, ich. So bist du ja eher der. So, ja. Waren die nicht übereinander? Zwei kleine, hatte ich ja gesagt. Und ein großes. Ah, hier ist ein Zweitbettzimmer. Ja. Achso stimmt. Na gut. Jetzt haben wir noch die Zähne. Und so. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Sonst kommt unangenehmer Geruch. Und jetzt mal ein bisschen. Mhm. Gut. Prima. Keine Haare. Ja. Gratuliere. Für das erste Mal ist es ja sehr gut. Dankeschön. Der Festangestellte macht drei Zimmer circa pro Stunde. Aber Übung macht. Ja. Und für das erste Mal war es ganz gut eigentlich. Danke für die Hilfe. Ja, wir danke Ihnen, dass uns das so schön zeigt. Danke schön. Für Zeit und Anspruch. Tschüss. Tschüss. Danke für Tristan. M Hast du das eine Danke für die Idee.